wie gesagt die straße hier könnten wir jetzt komplett übernehmen darüber packen wie auch das eisen dahinten und da ist auch noch mal eisen hinter der düne hätten war theoretisch sechs eisenbahnen und nicht auf dem gleis fahren sondern die auf meinem laufband da wird ja schon ordentlich produziert brauchen wir für irgendwas roheisen weiß ich jetzt gerade gar nicht ja okay da das war gerade herstellen mit dem stahl können wir noch mal extra packen ich habe mir extra so viel platz gelassen weil das können wir nachher auch schön mit wänden verkleiden dürfte eigentlich passen hat noch keine wände mit durchreichen war okay wir machen noch keine so also wird sagen für stahlproduktion lassen wir die vorderen da gehen wir hinten nur mit den einfachen eisen und dementsprechend packen wir zwei auf einwand ach komm was soll der geiz noch haben wir alles das wird aber gleich besser glaubt mir wirst gleich mehr erkennen oder beim nächsten mal mehr erkennen oder vielleicht darauf dann mehr erkennen weil so wie es jetzt war was chaotisch es ging ja erst mal nur darum material anzuhäufen so das band könnten wir auch dann hochleveln dass seine da kommen ja drei bänder gleichzeitig auf ihn zu das selber machen wir jetzt hier auch noch mal ich vergesse immer dass die da unten sind wo ist juni und war ungefähr dieselbe höhe ja Oh! Ich weiß nicht, ich suche die schon wieder, ne? Sollte einfach mal die Dinger hier zu machen. Warum kann ich das nicht? Okay, das war eins soweit. Gut, wie machen wir jetzt die Verarbeitung? Lassen wir erstmal hier in Ruhe. Wir nehmen erstmal uns eine hiervon vor. Aber die können wir ja umbauen. Heißt... ...im Faktorium manierbar und bleibt jetzt hier schon an der Außenseite. Das ist der Konstrukt, ja. Habe ich den jetzt wieder nicht ausgewählt? Mann! So viel Platz ist das gar nicht, wie ich gedacht habe. Jetzt haben wir hier noch einen Platz. Boah, geht. Da kriegen wir auf jeden Fall noch was gestellt. Also ich hoffe jetzt nicht, dass mein Stream wieder abbricht, ne? Der zickt schon wieder ein bisschen rum. Ich glaube, das wird wieder Zeit für einen Anruf bei Vodafone. Aber hey, Werbung ist Werbung, ne? So oft ich hier die erwähne. Ich glaube, wir können noch viel mehr hintereinander setzen. Später mal ausprobieren. Hm, 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 hm. Shit, jetzt brauchen wir den Splitter, Mann. Zeig mir doch an, ob das so passend ist. Hier ist der Eingang. Na gut, eigentlich auf der Linie direkt, ne? In der Platte. Oh, 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 oh. Nicht aufpassen. Ist richtig, ne? Ey, komm. Das war doch... Da, so passend sah das aus. Nö, machen wir nochmal neu. Wären wir schon dann ordentlich, ne? Jetzt hatten wir wieder eine grüne Linie dran. Ist auch gerade. Perfekt. Hm, 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 hm. So, hier kommt dann das verarbeitete Material raus. Ähm, hier kommt dann auch wieder ein... Uh, Gionado dran. Oh Mann, halt doch... Halt das doch da... Dran, ey. Ich bin mir nicht sicher, ob das so in Ordnung ist. Das ist eklig, wenn das trifft, ne? Also, wir werden das erste schon mal hier ausprobieren. Ups. Mal gucken, was die Kohle alles hergibt. Mal gucken, was die Maschinen haben wir hier noch. Eins, zwei, drei. Hier, machen wir hier auch nochmal ein Mast hin. So, die ersten drei lassen wir aus, die nächsten drei, die sind jetzt aber auch markiert, oder? Ja, guck mal, Eisenbarren, stopp, wir gehen da lang, holen uns erstmal die eine hier vorne. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Boah, jetzt endet sich die durchreichen, geil, ne? Schade. Boah, ich glaube, wir sind viel zu nah hier dran, ne? Ja, ist ja gut, Mann, scheiß Strahlung. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Ja komm, probieren wir jetzt einfach. Schöner aussieht, ist jetzt mal eine Nebensache. Echt jetzt? Ich gucke es lieber da oben nochmal an. Hm? Hm, 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 hm. Ich gucke es lieber. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017